Ein Obdachloser mit deutschem Aussehen und ich weiß auch nicht, die mag ich irgendwie. Also, denen gebe ich schon mal was, ja, bei denen habe ich irgendwie Mitgefühl. Und dann habe ich dem einfach 50 Cent in seinen Becher geworfen und da guckt er mich an und sagt, da ist noch Kaffee drin, du Penner.